Okay, 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 wer ist das letzte? Oh, Schmädderling. Schmädderling. Da drüben war auch ein Schmädderling. 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 Ja, in, äh, die haben wir hier viel mehr Charaktere so aufgebaut, die die einfach nur Props sind. Die sich ein bisschen bewegen, wie du sie so windst, aber mit denen man nicht sprechen kann. Ich dachte fast, du wärst der, der der starke Jack. Entschuldigung, ähm, ich bin kein junger Mann. Hey, junger Mann. Hey, junge Frau, bist du auch wegen des Krux-Turniers hier? Wenn ja, scheint es, als hätte ich einen neuen Gegner gefunden. Du bist also auch wegen des Turniers hier? Sir, was ist mit deiner Nase? Du hast keine Nase. Warum hast du keine Nase? Das kannst du wohl glauben. Ähm, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht, äh, nicht überzeugt davon wäre, dass ich als Sieger vom Platz gehen kann. Für mich ist der Halt eines göttlichen Auges das letzte und wichtigste Teil im Puzzle meines Lebens. Ähm, du willst ein Abenteurer werden? Du willst ein Held werden? Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, was ich tun will. Ich möchte eine perfekte Person werden. Äh. Äh. Neckbeard. Keine Ahnung. Nein, nein. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, was ich tun will. Es geht darum, wer ich sein will. Ich möchte ein perfekter Mensch sein werden. Ich weiß, wie das klingt, aber lass es mich erklären. Ich habe bis jetzt ein erfolgreiches Leben gelebt, ohne Rückschläge. Hashtag Humblebrag. Ich habe jede Prüfung, die ich je abgelegt habe, bestanden, hatte zahlreiche erfolgreiche geschäftliche Unternehmungen und scheine in der Gesellschaft mit fast jedem auszukommen. die perfekte Person. Doch, natürlich. Ich lasse nie die Prüfung zu meinem Haus. Ich weiß, ich habe noch nicht die Perfektion erreicht. Weil es ist eine Sache, die ich noch nicht verließe. Äh. Näh. Okay. In den Augen der meisten Menschen bin ich bereits die Verkörperung des perfekten Menschen, obwohl ich mir das Lob natürlich nie zu Kopf steigen lassen würde. Ich weiß, wie ich die Perfektion noch nicht erre... Ich weiß, dass ich die Perfektion noch nicht erreicht habe, denn es gibt eine Sache, die mir noch fehlt. Ein und so. Okay. Ein göttliches Auge. XOXO Hot Darjeeling Spilling Pie, Mann! Du hast so viel Selbstvertrauen. Hast du schon nie Erfahrung? Bist du in Renometer Kämpfer? Hast du schon nie Erfahrung? Junge, du wirst sowas von auf deinen allerwertesten fallen und dann wirst du aber sowas von ver... Okay. Das ist nur so nebenbei. Ich habe einen Kontakt in der Koks, der sich gern für mich verbirgt. Er hat also freundlicherweise besondere Vorkehrungen für mich getroffen. Ich habe auch ein bisschen ein Entourage für Moral-Support Es war nicht mal... Also es war einer... Wir würden es... Also die Japaner würden Senpai nennen. Einer, der eine Klasse über mir war. In der Schule. Und wir hatten die Möglichkeit bei Abiturprüfungen, bei mündlichen Abiturprüfungen mit reinzuschnuppern. Und wenn wir das gemacht haben, mussten wir dann auch Leute zu unseren Prüfungen lassen. Ich hatte dann also unter anderem in meinem Deutschabitur 5 oder 6 Mädels, die sich das angeschaut haben. Und ich bin sowieso nicht sonderlich gut gewesen da drin. Aber die waren so freundlich. Na ja, auf jeden Fall. Der Typ hatte... Wir waren ja glaube ich zu zehnt oder so in dem... Weil es gab ein Limit. 5 könnte das Limit gewesen sein. Es könnte sein 5 das Limit. Und er wollte aber so viele Leute wie möglich. Und er hat sich da... Er hat sich quasi damit gerühmt. Und ich glaube er hat sich so ein bisschen daran aufgegeilt, dass so viele da ihm zugeschaut haben, wie er da seine mündliche Prüfung ablegten. Und... Oh mein Gott. Ähnliche Vibes. Ähnliche Vibes. Was? Okay. Mach, dass es aufhört. Selbstverständlich habe ich auch mehrere Tage lang trainiert. Mehrere Tage lang trainiert. Na na. Und mich vor allem auf seltene und esoterische Kampfstile konzentriert. Da ich grundsätzlich sehr ehrgeizig bin, glaube ich fest daran, dass ich genug getan habe, um den Sieg in diesem Turnier zu erringen. Ich bin mir sicher, du auch. Ich scheine noch einen weiteren Fan gewonnen zu haben. Lass dich aber nicht von meiner Aura überwältigen. Du wirst heute deinen Verstand brauchen. Du hast eine Routine, du hast gesagt, dass du noch nicht so wirklich anwettbewerb oder habe ich das missverstanden? Nun denn, wenn es dir nichts ausmacht, muss ich meine Routine vor dem Wettkampf beenden. Es dauert nicht mehr lange, bis du mich in Aktion sehen wirst. Aha. Bye, Bon! Okay, Bye, Bon! XOXO Gossip, Bye, Bon! Juan, Johan, Johan, Johan. XOXO Gossip, du auf Armdrückenmeister. In Ordnung, du bist angemeldet. Der nächste, bitte. Wie ist dein Name? Ich bin Nosa. Nosa? Moment! Bist du nicht? Habe ich das richtig verstanden? Du bist Nosa? Ist das, äh, ist sie das wirklich? Hm? Ist das nicht dein Träger eines göttlichen Auges? Warum versucht sie in das Krux-Soneel einzutreten? Wird du ja so leid? Ähm, ich muss das fragen, bist du nicht die Reisende, die Leoray geholfen hat, den alten Gott zu bekämpfen? Ja, korrekt. Sie ist es wirklich? Diejenige, die mit Kutching beim Adeptenabschied gesprochen hat. Ah! Pymans Gesicht! Ah! She's so smug! She's so smug! Screenshot von dem Gesicht von Pymans, das ist so Mood! Mood! Oh, oh! Ich frage mich, ob ich später ein Autogramm kriege. Ich nehme an, dass du, äh, du weißt, dass nur diejenigen am göttlichen, äh, ohne göttliches Auge am Turnier teilnehmen können. Ich habe wirklich kein göttliches Auge. Wirklich nicht? Aber nach dem, was ich gehört habe, sind die Dinge, zu denen du im Kampf fähig bist, nichts weniger als außergewöhnlich. Du begibst dich in die gefährlichsten Situationen, äh, die man sich vorstellen kann, trittst gegen alle möglichen Monstern, sogar gegen den, äh, gegen die Fatui und gehst dem als Sieger hervor. Ist das nicht zufällig ihr göttliches Auge? Oder was ähnliches. Ja, sie hat aber immer noch kein göttliches Auge. Sie selbst? Verzeih mir, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich bin sicher, ein großer Held wie du hätte keinen Grund zu lügen. Könnte ich dich jetzt bitten, ein paar Angaben zu deinem Grund zu machen? Es ist natürlich nur eine Formalität für dich, aber ich muss als Teil des Anmeldeprozesses eine Aufzeichnung der Leistungen der Konkurrenten machen. Bis jetzt habe ich den alten Gott Osaio besiegt. Das ist also einer. Hast du noch irgendwelche? Ich habe einen der Elf der Fatui besiegt. Ja, und auch einen Drachen. Notiere auch Kampf mit Sturmschrecken. Wahnsinn! Man könnte sie bereits als Sieger ausrufen. Ich frage mich, ob es für einen Ruck zu spät ist. Ja, das tut mir echt leid. Also, das reicht eigentlich, ist das die beeindruckendste Erfolgsbilanz, die ich hier gesehen habe. Bei weitem. Gut, deine Anmeldung ist vollständig. Nun, noch ein kurzes Wort über den Preis. Wronkh. Wronkh. How wronkh you are, lady. I am very sorry, das ist nicht das, äh, what I want. So. Ein großer Held wie du kann es sicherlich nur für eine Sache hier sein, um das Turnier zu gewinnen und den Preis zu beanspruchen, nämlich ein göttliches Auge. Wir sind nicht deswegen hier. Wir sind hier, weil Kapitän Beidou versprochen hat, uns nach Inezimmer zu bringen, wenn wir das Turnier gewinnen. Es gibt noch einen anderen Preis, davon höre ich zum ersten Mal. Beidou muss dieses Mal den Einsatz erhöht haben, um Top Talente anzulocken. Aber warum sollte jemand an so einen gefährlichen Ort wie Inezuma gehen wollen? Ich verstehe, also ich nehme an, du hast deine Bedingungen mit Beidou im Voraus besprochen. Nein, so ist es nicht. Ich bin einfach nicht so interessiert an göttlichen Augen. Das ist alles. Nun, ich bin sicher, dass ein großer Held einen wichtigen Grund hat, hier zu sein. Wie auch immer, die Qualifikationsrunden fangen gleich an. Ich überlasse dich jetzt der Vorbereitung. Hey, also Paimon denkt über diese ganze Kein Göttliches Auge Regel in diesem Turnier nach. Auch wenn du kein göttliches Auge hast, denken die meisten Leute in Tevat, dass du die Elemente ohne ein göttliches Auge nicht anwenden könntest. Paimon meint also, dass du deine Elementarfähigkeit während des Turniers nicht einsetzen solltest, nur um missverständlich diese zu vermeiden. Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, sollte es finde ich auch ohne Elemente ziemlich einfach sein zu gewinnen. Oder? Das stimmt. Alles klar. Also jetzt gilt es. Jetzt gilt es. Du schaffst das. Okay, heißt das, ich muss jetzt wirklich kämpfen? Du scheinst es kaum erwarten zu können. Bist du bereit für den Wettkampf? Ja, ich bin bereit. Gut, dann folge mir bitte in die Arena. Stehe ich nicht sofort schon drin? Stufe 75? Stufe 75? Stufe 75? Ja! Aha, na dann. Das war's. Das war's. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Ah nein, ich wollte den Schmetterling. Haha, ich wusste, ich würde es nicht bereuen, dich als Favoritin vorzustellen. Also, was denkst du, Kazuha? Sie hat den Kerl total überwältigt und das noch mit Stil. Beeindruckend, aber ich habe auch beobachtet, dass unsere Favoritin eine gewisse Zurückhaltung übt, als wolle sie den Gegner vor ernsthaftem Schaden bewahren. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability. Nun, ich habe schon so manche Schlacht geschlagen, groß oder kleine, groß und kleine, und ich würde sagen, nach der Schau, die sie gerade übergeliefert hat, hat sie mich mehr denn je überzeugt, dass sie überragende Fähigkeiten besitzt. Also, komm schon, wir wissen alle, dass du einen großen Wortschatz hast. Kannst du nicht ein oder zwei Worte erübrigen, um unseren aufstrebenden Sieger zu gratulieren? Na gut, lass mich überlegen, wie ich diese Worte des Lobes treffend formulieren kann. Du hast gut gekämpft. Also gut, ich dachte, dein innerer Poet würde vielleicht der Freude beiwohnen mögen, aber ich schätze, ich sollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Weißt du, viele Leute, viele Teilnehmer kamen zu mir und sagten, wie überrascht sie waren, dass Leo als Heldin am Turnier teilnimmt. Und seit du dich angemeldet hast, haben viele andere das Gleiche getan, darunter mehr als nur ein paar Spitzenkämpfer. Ich bin sicher, dass viele von ihnen hier sind, um herauszufinden, wie sie gegen dich abschneiden. Ich wusste nicht, dass ich so beliebt bin. Ich verstehe nicht, was die ganze Aufregung soll. Nun, da jeder dich als diejenige sieht, die es zu schlagen gilt, dachte ich mir, ich sollte dich auch so behandeln. Nur dann. Zum einen wollen wir nicht, dass du deine ganze Energie in den ersten Runden an Leute verschwendest, die weit unter deinem Niveau sind. Ganz zu schweigen davon, dass es dich sicher auch juckt, gegen jemanden in deiner Liga zu kämpfen, oder? Also werde ich dich direkt ins Halbfinale schicken. Na dann. Hä? Aber wir haben doch gerade erst mit der Qualifikation begonnen. Scheint ein etwas verrücktes System zu sein, wenn wir einfach direkt ins Halbfinale springen. So ist Käpt'n Beidou. Du wirst sie nicht von Gegenteilen überzeugen können. Außerdem hättest du es bei deinen Können sowieso ins Halbfinale geschafft. Und vielleicht zu sein, Pymon hat das auch gedacht. XOXO-Gossip-Pymon. Also gut, ich werde mir das Turnier noch ein wenig ansehen. Wenn es da draußen irgendwelche potenzielle Herausforderer gibt, will ich wissen, wer sie sind und was sie drauf haben. Nach langem Warten stehen die Gegner im Halbfinale endlich fest. Wir sind endlich da, Leute. Die richtige Show kann beginnen. Ich mag dich, Typ. Du bist bisher ziemlich nice. Kapitän Beidou scheint große Hoffnung für dieses Turnier zu haben. Ich habe sie schon lange nicht mehr so aufgeregt gesehen. Dein Gegner hat viele Runden gekämpft, um ins Halbfinale zu kommen. Das macht ihn zu einem erfahrenen Kämpfer. Du magst zwar stärker sein als er, aber das sollte dir keinen Anlass geben, deine Wache zu verringern. Äh, ich habe nicht vergessen, warum ich hier bin. Sehr gut. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. Moment, ich muss kurz... Shimasaki Nobunaga! Ja, ja, I see it, 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 I see it. Nun gut, zeig mir, dass du bereit bist, dich durch den Sturm zu kämpfen, der vor dir liegt. In Ordnung, genug geplaudert für den Moment. Das Publikum wartet, geh zu dem Truppenmitglied, das dich angemeldet hat. Sie wird dich in die Arena bringen. Entschuldigung, es ist der Ring direkt hier vorne. Das Publikum, es ist der Ring direkt hier vorne.